Bitcoin hat es endlich nach vier Monaten geschafft, die 70.000 US-Dollar-Marke zu brechen. Wir liegen aktuell bei 71.600 US-Dollar und das Allzeithoch ist zum Greifen nah. Wir werden natürlich hier auf die aktuelle Situation im Chart eingehen, uns anschauen, wo der Kurs als nächstes hinlaufen könnte, wo die nächsten Widerstände und vor allem die nächsten Liquidierungszonen liegen. Gleichzeitig wird der finanzielle Notstand anderswo ausgerufen. Auch da werden wir natürlich gleich darüber sprechen. Und in 48 Stunden könnten nochmal wichtige Daten dafür sorgen, dass wir nochmal zusätzlich Volatilität in den Markt reinbekommen. Wir werden ganz genau darüber sprechen, woher kommt dieser Anstieg gerade, wie nachhaltig ist das Ganze. Und wir sehen auch natürlich aktuell ganz wichtige Frage, wie sieht es bei den größten Asset-Managern aus. Da beginnt der Kampf zwischen den Pro-Bitcoinern BlackRock und den Anti-Bitcoinern Vanguard bei einer Aktionärsversammlung bei Microsoft. Darüber werden wir sprechen und vor allem auch über die Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Kurs beispielsweise 100.000 US-Dollar erreicht bis zum Ende des Jahres. Dazu werden wir hier die Daten der Optionsmärkte anschauen. All das nur mehr in diesem Update-Video und jetzt viel Spaß damit. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Update hier auf meinem Kanal. In den letzten Tagen gab es kein Update. Ich lag leider ein bisschen flach. Jetzt geht es ein bisschen besser und deswegen auch zu der aktuellen Lage jetzt passend. Das neue Update-Video. Wir werden ganz genau drauf schauen, was aktuell los ist. Vorher aber noch ein kleiner Hinweis. Ich verlose Tickets für das Top-Spiel Bayern gegen Dortmund in Dortmund. Ein VIP-Ticket und einmal zwei reguläre Tickets, ohne dass ihr euch irgendwo anmelden müsst. Das Ganze läuft hier einfach über Instagram. Schaut da gerne vorbei. FurkanCCTV. Da findet ihr mich und vor allem auch diesen Post. Da müsst ihr einmal nur das Ganze liken, ein paar Freunde markieren etc. Also das übliche Spiel. Und ich bin vor allem auch vor Ort. Da können wir uns vielleicht auch mal persönlich treffen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr da einmal vorbeischaut. Gerne mitmachen und vielleicht sehen wir uns dann vor Ort. Der Markt, da gucken wir natürlich erstmal drauf. Komplett im grünen Bereich. Bitcoin jetzt hier bei 71.700 US-Dollar. Der gesamte Altcoin-Markt natürlich auch jetzt hier im grünen Bereich. Die gesamte Marktkapitalisierung ist jetzt bei 2,4 Billionen US-Dollar angelangt. Aber ihr seht auch hier schon unten die Bitcoin-Dominanz. Dazu habe ich heute auch auf Exxon Post gemacht. Bei 58,7 Prozent, wenn man sich das jetzt mal aktuell anschaut, seit Anfang bzw. Ende 2022 komplett in einem Aufwärtstrend. Also die Altcoin-Season, die sich viele erhofft haben in der Zwischenzeit, ist immer noch nicht da. Aber das war auch irgendwo klar. Bitcoin wird den Markt dominieren. Vor allem dann, wenn noch keine Allzeithochs neu geschrieben worden sind. Und das Interessante ist, wenn man das Ganze mal vergleicht zu den vergangenen Zyklen. Da können wir uns mal die Bitcoin-Dominanz mal kurz hier anschauen. Im Weekly-Chart beispielsweise hatten wir immer wieder Phasen, auch wenn es nur zwei, drei Wochen waren, wo die Bitcoin-Dominanz mal gefallen ist und die Altcoins mal wieder Boden gut machen konnten. Das ist in der aktuellen Phase wirklich gar nicht der Fall. Ihr seht es hier immer wieder. Neue Hochs, keine wirkliche Korrekturphase in der Bitcoin-Dominanz. Ich glaube, wenn überhaupt, wenn es nur mal in der breiten Masse so eine Altcoin-Season geben sollte, dann erst, wenn wirklich Bitcoin nachhaltig ein neues Allzeithoch bricht, irgendwo sich einpendelt, wo dann wieder der Markt das Gefühl hat, okay, jetzt ist ein bisschen Luft raus, jetzt könnte man wieder Geld umschichten. Aber aktuell sind wir noch wirklich weit davon entfernt. Und das sehen wir und das merke ich auch irgendwie in der Community, auch wenn wir hier natürlich kein Altcoin-Content etc. machen. Viele sind frustriert, die in Altcoins investiert haben und sitzen auf hohen Opportunitätskosten. Und wie lange das sich noch halten wird, das kann man natürlich jetzt aktuell nicht sagen, aber dafür muss natürlich erst mal Bitcoin das Allzeithoch brechen. Bei Bitcoin werden wir uns natürlich gleich auch die Situation näher am Chart anschauen, uns angucken, wo der Kurs als nächstes hinlaufen könnte. Zunächst einmal wichtig, in den nächsten 48 Stunden, generell auch in dieser Woche, gibt es viele Quartalzahlen von den US-Unternehmen, die natürlich auch nochmal ein Indiz darauf geben, wie die Wirtschaft sich weiterentwickeln könnte. Aber vor allem am Donnerstag der Lieblingsindikator, der FED, für die Inflation. Die PCI-Kernrate wird um 14.30 Uhr veröffentlicht. Hat da bitte ein Auge drauf, das ist wie gesagt der Lieblingsindikator. Da wird auch das Kaufverhalten der Bevölkerung wirklich berücksichtigt. Und deswegen ist es auch der Lieblingsindikator. Und da könnte nochmal zusätzlich Volatilität in den Markt reinkommen. Und es ist ja auch nicht mehr lange bis zur nächsten Leitzinsentscheidung, 7. November aktuell knapp 95 Prozent, dass wir eine Leitzinssenkung tatsächlich bekommen werden, in Höhe von 25 Basispunkten. Zwei Tage vorher haben wir noch die US-Wahlen. Also das wird auf jeden Fall eine sehr wilde Woche. Ich werde das Ganze natürlich auch hier mit der Leitzinsentscheidung natürlich live streamen. Das werden wir uns gemeinsam anschauen. Und warum ist das wichtig, wenn man sich die Korrelation aktuell von Bitcoin mit dem Nasdaq sich anschaut? Auch da erreichen wir neue Höchststände. Die Korrelation ist wirklich wieder sehr hoch auf dem höchsten Stand seit Anfang 2023. Deswegen werden wir ganz genau weiter drauf schauen müssen, was makroökonomisch passiert, wie die Wirtschaft sich weiterentwickelt, was die US-Notenbank macht und vor allem wie die Wahlen ausgehen. Das wird natürlich auch sehr relevant sein. Aber dazu sprechen wir dann, wenn es natürlich dann auch näher rückt und vor allem auch wieder neue Informationen zugibt. Eins kann man auf jeden Fall festhalten aktuell in der jetzigen Phase. Und zwar die Tatsache, dass die Wahlen wirklich stark akkumulieren. Laut On-Chain-Daten sehen wir das ziemlich gut hier. Seit 2018 bis dahin geht dieser Chart. Haben wir jetzt hier das größte Tempo in der Einjahresbestandsänderung bei den Wahlen. Und da sind keine Börsen oder Mining-Pools inbegriffen. Das sind wirklich individuelle Wahlen, die jetzt in dieser Phase vor allem sehr stark akkumuliert haben. Und wir sehen auch vor allem bei den ETFs weiterhin sehr große Nachfrage. Nachfrage beispielsweise gestern wieder knapp 500 Millionen US-Dollar an Inflows. Alleine bei BlackRock knapp 300 Millionen US-Dollar an Inflows. Also die Nachfrage ist wirklich sehr hoch aktuell. Und das ist natürlich positiv, wenn man sich die Gesamtbestände anguckt. Haben wir da auch einen Breakout gesehen. Natürlich jetzt auch, weil der Kurs gestiegen ist. Aber die Gesamtbestände bei den ETFs sind jetzt hier über 60 Milliarden US-Dollar gestiegen. Also auch das ist natürlich sehr positiv, dass wir jetzt hier weiterhin vor allem bei den Wahlen und auch über die ETFs an der Wall Street hier diese Nachfrage erfahren. Die Kurse steigen und wir spüren aktuell so ein bisschen FOMO vor allem an der Wall Street. Und ihr wisst ja, wir haben ja die größten Vermögensverwalter schon bereits im Spiel. Der größte BlackRock ist ja mit dabei, geht vorneweg, macht sehr gut Werbung für Bitcoin, ist sehr positiv gestimmt. Natürlich, weil sie auch Kapital anziehen wollen und Geld verdienen wollen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch Vanguard beispielsweise, die sehr kontra eingestellt sind. Die beispielsweise auch gar nicht den Handel mit den Bitcoin ETFs erlauben. Also auf Platz 1 haben wir Pro-Bitcoin, auf Platz 2 haben wir Anti-Bitcoin als Vermögensverwalter weltweit. Einmal 10,4 Billionen US-Dollar, auf der anderen Seite 10,3 Billionen US-Dollar, die jetzt hier verwaltet werden von diesen großen Vermögensverwaltern. Warum erzähle ich euch das Ganze? Denn es gab ja eine News, die habt ihr vielleicht schon mitbekommen, und zwar, dass am 10. Dezember ein Vorschlag in der Aktionärsversammlung abgestimmt wird, ob man denn nicht bei Microsoft Bitcoin als Bestand hier mit aufnehmen sollte, mit rein investieren sollte. Eins sei vorweggenommen, das Board stimmt hier dagegen bzw. empfiehlt dagegen zu stimmen. Was die Aktionäre am Ende des Tages wählen, das werden wir erst am 10. Dezember erfahren. Ich erwarte da keine große Überraschung, aber eine Sache ist sehr spannend, und zwar, wenn man sich die größten Anteilseigner da anschaut, werden wir da auch sehen, dass die beiden großen Vermögensverwalter auch mit drin sind. Vanguard mit knapp 9% Anteilen und BlackRock hier mit 7,25% Anteilen. Also das wird schon spannend, wie die dann auch abstimmen. Ich bin gespannt, wie beispielsweise BlackRock da abstimmen wird, weil sie hätten natürlich in erster Linie was von, wenn Microsoft da investieren würde, wenn das Ganze natürlich auch symbolisch positiv in den Markt streuen würde, und sie würden dann natürlich nochmal zusätzlich davon profitieren. Am 10. Dezember ist es dann soweit, werden wir uns ganz genau anschauen. Das Board argumentiert übrigens auch so, dass sie schon das Ganze selber untersucht haben und lange schon begleitet haben, das Thema und deswegen hier erstmal keinen Handlungsbedarf sehen. Aber wer natürlich als erstes da mit reinkommt von den großen Unternehmen und vor allem im großen Stil dann auch investiert, wird auch am stärksten davon profitieren. Mal schauen, wie das Ganze sich weiterentwickeln wird. Vor allem sehen wir das Ganze natürlich bei MicroStrategy, wie positiv gerade die Aktie performt, sogar Bitcoin outperformt teilweise. Also das ist schon sehr spannend, was gerade bei Corporate America und mit Bezug auf Bitcoin gerade los ist. Und wenn die Kurse steigen, gibt es natürlich sehr viele positive Berichte, wie hoch denn Bitcoin steigen könnte und warum Bitcoin vor allem steigt. Einer der Gründe wird hier von Forbes genannt, denn Elon Musk hat gestern bei einer Wahlkampfveranstaltung von einem finanziellen Notstand gesprochen und zwar vor allem wegen den 35,7 Billionen US-Dollar Schulden, die die US-Amerikaner aktuell haben. Alleine 23 Prozent der Steuereinnahmen jährlich gehen nur für die Zinszahlung für diese Schulden drauf und das ist ein Grund hier für Forbes, das Ganze hier als Verbindung zu nehmen, um diese Schuldenkrise, um diese Schuldenbombe hier für Bitcoin als positives Signal zu werten. Natürlich kann man das ja werten, wie man möchte. Ich glaube, langfristig gesehen ist der Weg klar, Geld wird oder Fiat-Geld wird weiterhin werten und Bitcoin als hartes Asset wird da weiter nach oben laufen, meiner Meinung nach. Und die Frage ist natürlich, wie hoch kann Bitcoin laufen, vor allem in diesem Jahr? Und da lohnt sich mal ein Blick auf die Optionsmärkte und da können wir uns die Wahrscheinlichkeiten sehr gut ableiten, wenn man sich aktuell anschaut, wie diese Werte anschaut. Ich hatte das schon vor ein paar Tagen hier gepostet. Zu dem Zeitpunkt lag die 100.000-Dollar-Wahrscheinlichkeit, also das ist der Kurs zum 27. Dezember, das ist der Stichtag bei den Optionen, einer der Optionen vor allem auch mit einem großen Volumen bei 9,07 Prozent. Aktuell, wenn man da jetzt drauf geht auf 100.000, also wenn der da drüber liegen sollte, liegen wir sogar schon bei 11,8 Prozent. Also 11,8 Prozent Optionsmärkte-Wahrscheinlichkeit. Ich glaube nicht, dass wir es noch in diesem Jahr schaffen werden, aber viel wichtiger finde ich die Frage, was ist denn ja so die 50-Prozent-Wahrscheinlichkeit für den Dezember? Dazu blenden wir mal hier erstmal die ganzen naheliegenden Stichtage mal aus und die vor allem aus 2025 und da werden wir sehen, dass wir hier bei über 50 Prozent über 73.000 US-Dollar liegen und hier zum Dezember bei 50 Prozent bei über 75.000. Also der Optionsmarkt geht eigentlich schon davon aus, dass wir auch bis zum Ende des Jahres irgendwo zwischen 70.000 und 80.000 US-Dollar liegen. Aber ob das wirklich so kommt, ob wir noch einen weiteren Breakout sehen, das wissen natürlich auch die Options-Trader nicht und wir haben ja vor allem auch die Theorie des Max-Pain-Preises, also da, wo der größte Schmerz liegt, da bewegt sich auch der Kurs meistens hin und natürlich würden diese ganzen Trader, die ja nur sagen, ja der Kurs wird nur über 60.000, nur über 70.000 liegen, die werden dann natürlich ja entsprechend dann auch verbrannt, vor allem diejenigen, die dann nach unten wetten. Also es wird schon ziemlich interessant, aber schon, ja wie ich finde, schon spannend, dass man hier sagt, hier 12 Prozent aktuell knapp eine Wahrscheinlichkeit, dass wir die 100.000 US-Dollar vielleicht sogar in diesem Jahr sehen werden. Kommen wir nun zu der aktuellen Preisentwicklung von Bitcoin. Wir sind übrigens jetzt hier gerade fast auf 72.000 US-Dollar hochgelaufen, das war auch hier dieses Hoch hier vom Juni, also da sind wir jetzt hier aktuell erstmal abgeprallt, jetzt schon das dritte Mal. Was ich sehr interessant finde, wir haben im letzten Video noch darüber gesprochen, dass in der Phase eine Korrektur sogar wahrscheinlicher war und ich auch eine Korrektur befürwortet habe, weil einfach der Hebel sehr hoch war. Und was haben wir in der Folge gesehen? Wir sind erstmal noch auf 65.000 US-Dollar gefallen, haben in dieser Phase auch eine der größten Liquidierungswellen gesehen und ja auch Open-Interest-Rückgang und danach konnten wir wieder nach oben marschieren. Was jetzt in der Zwischenzeit passiert ist, ist natürlich auf der einen Seite jetzt auch wieder so ein bisschen FOMO, vor allem über die Future-Märkte, denn wir haben ein neues Allzeithoch hier erreicht bei dem Open-Interest. Ihr seht es hier, über 23 Milliarden US-Dollar in Open-Interest insgesamt und allein in den letzten zwei, drei Tagen sind da 3,2 Milliarden US-Dollar hinzugekommen. Also da ist jetzt aktuell wieder sehr viel Hebel im Spiel und wir sehen natürlich dann auch immer wieder, wie dann die Liquidierungszonen entsprechend dann auch abgeholt werden. Vor allem aber jetzt erstmal ja die Short-Position, weil das Momentum einfach so positiv ist und ich habe es auch hier schon in dem Twitter-Post geschrieben, natürlich sind die Pullbacks, die wir in der Zwischenzeit dann immer wieder bekommen, sehr wichtig und auch gesund für den Markt, damit diese überhebelten Positionen dann auch ausgespült werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier direkt über das Allzeithoch drüber kommen oder direkt ausbrechen, das wäre eine große Überraschung für mich. Kann natürlich passieren, kann natürlich keiner ausschließen, aber gesünder wäre natürlich so eine Bewegung, dass wir immer wieder diese Hochs anlaufen, dann Korrekturen sehen, die Position liquidieren, dann wieder das Hoch anlaufen, dann wieder vielleicht eine Korrektur sehen und dann hier wieder das Allzeithoch brechen. Also immer mit höher werden, Hochs, höher werden, Tiefs, genau die Struktur, die wir jetzt gerade auch immer wieder bilden, was ja sehr positiv ist und das genau möchte ich jetzt in der aktuellen Phase sehen. Je weiter das nach oben schießt, ohne Korrekturen, desto wahrscheinlicher wird dann entsprechend dann auch eine größere Korrektur, wo dann auch eine Liquidierungszelle der Long-Position dann ja wahrscheinlicher wird. Wenn man sich die aktuellen Liquidierungszonen anschaut, da werden wir sehen, ich lade das einmal neu, dass hier nach unten hin und nach oben hin gar nicht mehr so viele Positionen offen sind. Die Long-Positionen werden aktuell ja bei etwa 69.000 US-Dollar liquidiert und Short-Positionen wieder bei unter 74.000 US-Dollar, also ungefähr bei dem Allzeithoch. Das liegt ja bei knapp unter 74.000 US-Dollar und das sind ja auch genau diese Marken, die wir aktuell im Auge behalten sollten. Einmal hier das Hoch vom April, das ist bei 72.800 und dann natürlich das alte Allzeithoch. Wie hoch könnten wir danach laufen? Das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, weil wir einfach auch keine Daten haben und noch nie da getradet haben. Dann könnten wir wirklich Preis-Exploration wieder sehen, also etwas, was wir auch seit langem nicht mehr erlebt haben und dann wird es natürlich sehr interessant sein, wo wir hinlaufen könnten. Wenn man sich die FIP-Extension-Levels anschaut, könnten wir hier auf das 1 zu 1 Level bei 75.800. Da kann ich mir vorstellen, dass einige dann ein paar Gewinne mitnehmen und darüber 1,61 Level 82.400. Ich glaube aber auch die 80.000 wird auch dann nochmal psychologisch wichtig sein, falls wir die Allzeithochs brechen sollten. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis. Ihr könnt bei Pionex eure Einzahlung aktuell verdoppeln bis zu 1.200 Dollar. Mit diesem Bonus könnt ihr Trades eingehen mit einem maximalen Hebel von 15, also einen Free Trade aufbauen und dadurch, wenn ihr Gewinne einfahrt, diese dann auch wieder für euch auszahlen. Schaut da gerne vorbei. Das ist eine Halloween-Aktion, läuft nur noch knapp drei Tage. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Damit unterstützt ihr natürlich auch den Kanal. Und das war auch schon das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ihr das gerne an der Stelle hier nochmal einen Daumen da oben da, schreibt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus und ansonsten sehen wir uns im nächsten Update wieder. Ciao, ciao.